Hohoho Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video am 23.12.2018 Leute, ich hoffe das Video gefällt euch, ich hoffe euch geht es gut, ich gebe mir natürlich immer Huren Mühe Leute, ich wünsche euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage, denn ihr seht dieses Video am 24. Dezember, Leute genießt die Zeit, verbringt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden und haut euch ordentlich die Calories rein Leute, so muss es nämlich sein. Ja, genau Leute und jetzt noch folgendes, was ich heute gemacht habe, wieder Beintraining, dann 63 Minuten Cardio, Armtraining, alles durch, war nice, mich ist gut geduscht, habe ich auch schon 500 Gramm Magerkoll und einen Energy Cake habe ich auch schon gegessen und Video von gestern gerade bearbeitet, Leute, nice, nice, nice. Jetzt wird das 23. Türchen des Energy Cake Adventskalenders 8 und Product Basement aufgemacht. Das 23. Türchen ist hier unten, Leute. Das ist Schokokaramell, 100%ig. Alter, wer hat es drauf? Ich habe es drauf. Schokokaramell. Woher wusste ich das so? Weil ich davon eine ganze Box noch da habe und ich Schokokaramell absolut mehr als fast alles andere liebe, ist geiler als Schoko und einiges und ja, deshalb wusste ich es. Geht das jetzt noch rein? So, Leute, nur noch ein Türchen der 24. Sonst sind alle durch, seht ihr das. Ja, Leute, eigentlich wollte ich euch ja heute das Paket hier zeigen und einen Brief, aber leider ist der Akku leer, ist schon auf Rot und ich habe keinen Bock, das nochmal aufzunehmen, weil dann das Türchen wieder zu ist und dann, beziehungsweise bereits offen ist und dann muss ich mich leider übergeben. Heißt, Leute, das werdet ihr morgen im morgigen Video, werdet ihr das sehen. Ich werde das sowieso in Instagram machen. Heißt, heute am 23. mache ich das in Instagram und habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen, aber ich möchte trotzdem nochmal in YouTube machen, aber halt das komplette, komplett neue Unboxing auf Instagram. Deshalb, es ist noch zu, mache ich auf Instagram auf. Trotzdem zeige ich es euch morgen, Leute. Und auch den Brief. So, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich muss mich beeilen, weil die Scheiße sonst ausfällt. Leute, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Kauft das Video für euch und ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Genießt alles mit eurer Familie. Und wir sehen uns morgen im letzten Tag des Energy Cake Adventskalenders. Öffnen das Dings da und dann zeige ich euch das Zeug, Leute. Genießt es, haut es rein und ich gebe mir morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr das seht, auch ordentlich die Galeries. Trainiert wir trotzdem. Montag, wenn ihr das seht, wie gesagt, 24. steht Push-On, Homeworkout, Cardio und Bauchtraining, wie immer. Aber natürlich auch Phrasen, was ich, wie gesagt, auch filmen werde, Leute. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Haut es rein bis zum 25. am ersten Weihnachtsfeiertag. Danke fürs Zuschauen. Seas und Peace.